Bei mir habe ich Markus Bollfahrt. Markus, seit kurzem bist du mit einer Gruppe unterwegs mit Alpin KG. Wie kam es dazu? Mir war es zu langweilig. Entschuldigung, bitte. Mir ist es zu langweilig. Ich bin ein Spätberufender Papa geworden. Und Felix, meine grösste Liebe meines Lebens, der ist halt zwei bis zweieinhalb Tage bei mir in der Woche. Und sonst habe ich einfach Zeit. Und ich habe halt nichts anderes gelernt. Ich muss Musik machen. Nein, Spaß. Der Spaß ist im Vordergrund. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mit der Klosterthaler unglaublich viel Glück und Erfolg hätte. Und das, was ich jetzt mache, ist einfach noch ein paar Jahre Spaß haben. Mit fantastischen, großartigen Musikern. Die sind alle halb so alt wie ich. Aber denen taugt die Art von Musik. Party ohne Ende. Wir spielen da alte Klosterthaler Hits. Das Zimmer komprimiert in Mädels, in mehrere Mädels. Da geht der Rauch auf, wenn wir da spielen. Und die sind so verdammt gut. Mozarteum Absolventen. Und so liebe, tolle Kerle. Das macht noch Spaß auf der Bühne. Und den Spaß, den wir auf der Bühne haben, den wird man bei der Live-Auftritt auch spüren. Und nächste Woche geht's los. Am 6. Juli haben wir den ersten Auftritt im Deutschen bei einem großen Open-Air. Und da freue ich mich schon. Und da verpacken wir in zwei Stunden Programm 45 Songs. Und drei Viertel sind Klosterthaler Sachen. Die eigenen auch. Und ja, Solo-Einlagen. Ganz, ganz, ganz tolle Solo-Einlagen, wo da fast zwei auch haut. Es ist ein reines Spaßprojekt. Und du nimmst dein Flügelhorn auch zwischendurch mal führen? Ja, selbstverständlich. Ich spiele den auch mit. Ich tue hauptsächlich singen. Aber mein Flügelhorn ist immer mit dabei, ja. Euer erster Titel von Alpin KG war Made in Tirol. Wie reagierten Klosterthaler im Klosterthal? Dass du jetzt plötzlich Made in Tirol Werbung machst quasi? Also die Frage habe ich nie gestellt. Ich habe noch nie eine Antwort gekriegt. Aber solange halb von Radlberg oder Tirol Du bist das Land meiner Träume und so. Singen ist da nichts. Nein. Es sind ja fünf Tiroler dabei. Von den sieben Musikern. Und von dem her ist das mehr als legitim. Jetzt geht ihr auf Tour. Jetzt habt ihr fließig noch geprobt jetzt. Oder wie ist das gewesen? Ja genau. Da muss man proben natürlich. Weil das alles ganz spezielle Mädels sind. Die man schon ganz, ganz gut einstudieren muss. Jeder Übergang. Und da muss ein ganz raffiniert mit dem Zimmer gesteckt werden. Und das ist uns gelungen. Und jetzt geht es los. Hier machen wir noch ein bisschen wenig Termine. Weil uns gibt es erst seit ein paar wenigen Monaten. Aber die Anfragen für nächstes Jahr sind schon gewaltig. Und das freut mich sehr. Zudem die Veranstalter ja nicht wissen, was wir da eigentlich machen. Die haben auch so Vertrauen in mich. Und das schätze ich auch. Und die engagieren uns da. Und ja, da bin ich sehr dankbar dafür. Jetzt wünschen wir alles Toi 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 mit deiner neuen Gruppe. Und einfach einen Haufen, Haufen, Haufen Spaß auf der Bühne. Ja, nichts anderes wie immer. Ja, eine Gaudi haben. Und bin ich dann der Zeit. Kommt doch vorbei. Du bist natürlich hoher Ehrengast. Und mein grosses Ziel, mein grosser Traum ist ja, irgendwann wieder einmal ein Klostertaler oben werden. Und wenn es noch einmal ist. Und noch einmal machen die Leute noch einmal so ein Zimmer, da 30.000 Leute im Klösterli, das wäre so mein Traum. Da schaffen wir rum. Schauen wir, ob es geht oder nicht. Und dir auch viel Erfolg mit deiner Sendung. Gott sei Dank bist du immer noch da. Er, der Werner. Was täten wir ohne ihn, gell? Weiterhin alles Gute. Danke vielmals Markus. Gerne. Servus.